Ah, ein Kampf! Unsere Handlung! Horschpack, habe noch etwas Ork-Kokain? Jawoll! Urschack, es werden wieder Moras in Fitch Na ja, kriegen zu Erschläge, danach Sahne ins Gesicht Der der Maskuline filmt, zeigt dir was für'n Spaß du bist Und zieht am Sofkraut, wie Seckenpenner bei der Schicht Urschack, werden gern an großer Schamage Du hingegen arbeitest auf Onas Bandage Moras sehen, wie ich nen Babak-Smoke Nehme so viele Züge, dass ich ne Bahncard lohne Urschack kommen auf den Marktplatz, mit Horsch zu den Park Sagst du seien Frau, hast aber nen Kock und nen Sack Dieser namenlose Spaß hat große Angst vor Orks Ohne Urumulu kommt er nicht mal an ans Dorf Der Bruder kann auf Urschack schreiben Zeilen wie diese Nie vergessen meinen Bruder, Gefangensein In der Mine Mora denken daran, wenn die Orks kommen werden Fremder tragen Urumulu, dann Fremder nicht sterben Ja, Fremder tragen Ulumulu Du Pussy, trauen dich nicht mal eins gegen eins gegen Ork Ha? Rusch das Sock Ich glaube ich haut dir mal ein bisschen aufs Maul Was? Ich soll dir wohl deine dämliche Fresse einschlagen Chorotot, Jabbard, Mora Ja! 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 Ich verticke große Mengen Koka an Paladin Lothar Ja! 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 Weltfremder, ich komm von oben herab wie Salzspender, guck wie ich die Ordnung deiner Zähne mit Gewalt ändere, halt besser deine Fresse, du Versager, uns heißt es wie bei der Taufe. Willkommen im Lager. Ja, ich bin Feuer, wie in Sache sein Feuer und stehe vor dem Tor und mache, so wie Manuel Neuer, wie ich die Regeln der Stadt an den Toren erkläre, um danach Hurs abzuklären in der roten Laterne. Seh die Jungs ballern wieder, dunkles Paladina, mach dich nützlich und Torlotha neu in so viel Kammerdiener, trifft den Paladin flexend, auf Abugins Teppich, Shisha ist jeden Tag offen, laut Hagen, du Fresse. Dieser namenlose Spinner erzählt wieder mal, was von Drachen aus dem Minental, er meint, er braucht das Auge hinaus, um die Viecher zu schlachten, doch ich kann kein Wort verstehen, weil ich besoffen unter dem Tisch lieg. Tja, lehre den Krug in einem Zug mal wieder eskaliert, würde ich sagen, wenn ich den erwische, der mir wie der Wacholder ins Bier gekippt hat. Ich glaube, ich hole dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Ich soll dir wohl deine dämliche Fresse einschlagen? Hase im Hafenviertel, wir schlagen dich zum Takt ein, bis von Hundschack schon kackst du lump ab, guck wie dich das Sumpfkraut umhaut. Baller das Korinus-Tape, Gothic-Bubble-Pump-Krass. Hase im Hafenviertel, wir schlagen dich zum Takt ein, bis von Hundschack schon kackst du lump ab, guck wie dich das Sumpfkraut umhaut. Baller das Korinus-Tape, Gothic-Bubble-Pump-Krass. Ah, ein Kampf! Weil wenn du denkst, man packt im Kloster kleine Brötchen wie ein Toaster, dann liegst du falsch wie Pyrocar, bennebelt auf dem Sofa nach dem drehten schwarzen Roba. Ein Bitch, das ganze Kloster lebt von Weed, wie der Hof von Ona. Und ihr glaubt an Adenos und Belia, dann verliert ihr Körperteile und ich laber nicht von Lepra. Koanga ist ein Schläger, doch wird nach ein, zwei jämmerlichen Exorzismen handzahm wie Fenja. Und in der Türsteher-Gewerkschaft, hören sie meinen Track und schwören, dass niemand so ein Werk schafft. Ehrenhaft! Gewalt ist meine Erbschaft, in Innos-Namen werden sogar zarte Frauen wehrhaft. Werd dich nicht bestehlen, das wird dich nicht lohnen, lohnt du bist wie Gelootete. Da ist nichts zu. Ich verachte Bitches, außer sie sind dienlich. Denn kommt Ines nach Korines, dann hört Ines nur Koch-Ines. Ja, so läuft es hier im Innos-Kloster. Ihr Söldner, bleibt mal besser weg mit euren Pimmelpostern. Hm. Ich glaube, ich wollte mal ein bisschen aufs Maul. Was? Ich soll dir wohl deine dämliche Fressheit schlagen? Ja, so läuft es hier im Innos-Kloster. Ja, so läuft es hier im Innos-Kloster. Ja, so läuft es hier im Innos-Kloster. Untertitelung des ZDF, 2020